Alter, der hat mir ein Handy gegeben. Jan, bist du tot? Aber ganz im Ernst. Jan schreit gerade draußen rum. Oh, die sind so kacke! Einfach gerade noch nicht stehen bleiben. Los, go! Go, go, go! Jetzt, wenn das Jan die Finger saus sieht, dann kann er doch ganz hinten laufen. Wie das bei Jan leckt einfach. Das ist egal. Deswegen überlebt er immer so lange. Weil er einen Leckschutz hat. Ja, natürlich! Natürlich! Los! Genau in den Kisten ist es geguckt. Ja. Einen Fehler gemacht, dann hast du ja wohl bestraft. Ich hab die Poppe. Das selbe Spiel nochmal. Inkompetent im Bewachen. Inkompetent im Bewachen. Inkompetent im Bewachen. Super, du sagst. Du bist bei dir. Du bist bei dir. Schau mal mit ganz Profil an. So, wenn man mit Karte bezahlen könnte. Was? Ja, dafür. Missbrauch des Text-Checks. Missbrauch des Sprach-Checks. Behindert. Behindert das Spiel. Ich will Aim-Hacking, One-Hacking und anderweitiges Hacking melden. Mal auf mich zu melden, Alter. Alter, ich werd nie, Alter. Ich geh doch auf dich hin. Inkompetent. Was? Was hast du gedacht, Alter? Was? Was? Ich nehm mal kurz ne Pistel. Alter, ganz ehrlich. Ich piss mir gleich so in die Hose. Hast du Pay? Im Ernst, Alter. Gibt's ja nicht ne Kunde. Nein. Anja, kannst du mir ne Frasche bringen? Zurück auf die jeweilige Position. Lass mich A langgehen. Lass mich A langgehen. Da bin ich der Erste, der tot ist. Kannst du pissen gehen? Ja, das mein ich. Jetzt gehen sie B. Äh, jetzt gehen sie B. Ich wette drauf. Nein, A kurz. A kurz, A kurz bei mir. Ich komm von hinten. Ich komm von hinten. Hab ich da alle? Ich die Alka noch aufgesammelt. Scheiße. Nein. Geh halt pissen. Ja. Beile dich ab, Alter. Wie er sich nicht entscheiden kann. Das ist kall, ey. Voll nidios. Mit einem Schuss. Ein Treffer. Ja klar. Durch den Nebel. Ich fahr. Schon wieder? Ich wollte auch durch den Nebel. Dann guckst du runter. Hä? Ja. Vielleicht. Ach. Nächste. Hä? 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 So ganz krass. So. Das war's mit dem ersten Video dieser neuen Art. Ähm. Das Projekt wird weitergeführt soweit es euch gefällt. Also schreibt es bitte in die Kommentare und macht nicht so einen auf den. Ja. Die anderen schreiben ja alle in die Kommentare. Sagt einfach was ihr zu dem Projekt findet und so. Ähm. Ist auf jeden Fall viel Aufwand für mich gewesen das zu produzieren. Und ähm. Ich hoffe aber es gefällt euch. Ich werde auf jeden Fall mehr von machen. Die nächste Folge. Ich weiß noch nicht ganz welches Spiel. Also da wird nicht immer das gleiche. Wir nehmen da Rennspiele. Wir nehmen da andere Shooter. Vielleicht auch mal ein bisschen was von FIFA und so. Also da kommt alles mögliche mit rein. Ähm. Nicht immer nur das gleiche. Ähm. Ja. Auf jeden Fall macht es mir richtig viel Spaß das auch mit der Webcam und so aufzunehmen. Und ich bedanke mich für das Zusehen und sage Tschüss und auf Wiedersehen.